Hallo und herzlich willkommen zu einer Weihnachts-Spezial-Folge Freistaat TV. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und habt ihr schon alle Geschenke? Da habe ich für alle Omnia-Fans genau das Richtige. Und was das ist, das zeige ich euch heute. Ja, die liebe Nicole und ich haben uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Und zwar nur bei uns beim Freistaat gibt es ein ganz spezielles Omnia-Set, wo unter anderem auch meine Lieblinge mit dabei sind. Ihr wisst, ich liebe den Omnia, ich arbeite unheimlich viel damit. Und da haben wir einfach ein ganz tolles Paket zusammengestellt, wo wir sagen, das braucht ihr unbedingt. Und natürlich zu einem Hammerpreis für euch. Und was das Set jetzt genau beinhaltet, das zeige ich euch. Im Freistaat-Spezial-Omnia-Set ist, beinhaltet natürlich der Omnia-Backofen, allerwichtigste von allem. Dann ist für euch mit dabei die Silikonform. Die Silikonform, für die, die es noch nicht kennen, kommt ja in das Innere vom Omnia rein. So, und somit habt ihr kein Ankleben, kein Anbappen von euren tollen Rezepten wie Kuchen, Brote. Aber ich nehme die Form auch her, wenn ich was Herzhaftes mache. Dann dazu habt ihr im Paket das beliebte Aufbackgitter. Das Aufbackgitter kommt hier rein. Hier könnt ihr Semmeln, Croissants aufbacken. Aber man kann auch mit dem Aufbackgitter ganz toll kochen. Wenn ihr zum Beispiel unten Kartoffeln rein tut, auf die Kartoffeln das Aufbackgitter und da zum Beispiel Hähnchenbrust drauf macht, dann macht ihr so zwei in einem drin. Dann haben wir für euch uns überlegt, die Truca oder viele kennen sie aus Simmerplatte. Die Simmerplatte ist dazu da, um die Wärme richtig zu verteilen. Das heißt, die kommt einfach auf euren Gas her drauf. Hier stellt ihr den Omnia drauf und somit habt ihr die optimale Wärmeverteilung. Und eigentlich ein Kuchen oder Brot kann nicht mehr anbrennen. Und dazu passend natürlich auch das Omnia Thermometer. Ich hatte es lange Zeit nicht. Jetzt ist es eigentlich für mich nicht mehr wegzudenken. Denn gerade ich, oder wenn ich gern drin backen tue, da darf Thermometer eigentlich überhaupt nicht fehlen. Und in der Kombination der Simmerplatte und dem Thermometer habt ihr wirklich das absolut perfekte Backergebnis. Ja, was haben wir jetzt noch dabei im Set? Und zwar den tollen Knauf von Kara und wir. Die sind handgehäkelt und der kommt einfach oben auf euren Knopf hier drauf. Denn der ist immer wahnsinnig heiß. Und hier haben wir wirklich schon oft die Finger verbrannt. Und da fand ich eben dann die Idee so toll. Weil hier könnt ihr den einfach drauf machen und dann super das Ganze öffnen, ohne dass ihr euch die Finger verbrennt. Und zu guter Letzt haben wir für euch einen Universalgriff. Den könnt ihr hier am Omnia befestigen. Und somit könnt ihr das Ganze vom Herd runternehmen. Ich nehme dazu trotzdem immer noch hier als Schutz natürlich dann einen Topflappen, weil es ist ja auch Gewicht mit drinnen, um das Ganze dann rüber zu tun. Aber ihr findet ihn einfach klasse. Und was das Tolle ist, den Griff könnt ihr eigentlich an fast jedem normalen Kochtopf auch verwenden, der wo keinen Griff hat. Weil der sehr stabil ist. Wenn ihr jetzt sagt, Moni, das Angebot, dieses tolle Set, das brauche ich. Dann schaut einfach auf die Verlinkung, kommt ihr in unseren Online-Shop und da könnt ihr es bestellen für einen Hammerpreis von 99 Euro statt 146,95 Euro. Also ich finde, das ist echt mega. Wenn ihr jetzt aber sagt, Moni, ich habe schon das eine oder andere, dann findet ihr natürlich diese ganzen Artikel einzeln. Wenn ihr sagt, ich brauche nur den Knauf oder das Thermometer, findet ihr natürlich alles auch in unseren Online-Shop. Das Angebot gilt bis zum 26.12.2022. Wenn ihr es natürlich als Weihnachtsgeschenk haben möchtet, wäre die Deadline 19.12., dass ihr bis dahin bestellt, dass es natürlich rechtzeitig unter dem Grischbaum liegt. Und auf was ich euch auch noch aufmerksam machen möchte, bei uns im Online-Shop gibt es einen ganz tollen Adventskalender. Jeden Tag ist hinter jedem Türchen ein ganz tolles Geschenk, Artikel, Rezepte, Ideen. Also schaut unbedingt vorbei. Wir würden uns sehr freuen. Und schaut auch gerne bei Instagram, bei der Freistaat vorbei. Da haben wir auch immer wieder mal was für euch. Und so sage ich von Herzen zu euch, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ja, es war wieder sehr schön. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Genießt diese Zeit. Ich liebe sie über alles. Mit meiner Familie Weihnachten zu feiern, die Vorweihnachtszeit. Und bleibt einfach alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Moni. 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 Bis zum nächsten Mal.